Moin! Heute geht's um das Elizabethan Age, das elisabethanische Zeitalter, das Golden Age oder auch einfach das Zeitalter, in dem Shakespeare wirkte. Let's go! Na jut, ihr Landratten, fangen wir erstmal mit den Grundlagen an. Das elisabethanische Zeitalter war zwischen 1558 und 1603, genau zu der Zeit, als Elisabeth I. Königin von England war. Obwohl das Ganze echt lang her ist, ist es wirklich wichtig für den Englischunterricht. Oder war's Geschichte? Ist ja auch egal. Jedenfalls war es während der Renaissance. Und warum jetzt goldenes Zeitalter? Die englische Literatur veränderte sich, Theater nahmen an Bedeutung zu, der Einfluss von Shakespeare war enorm, die Engländer erkundeten die Welt und expandierten nach Nordamerika. Es war eine Zeit voller Wandel in der Gesellschaft und der Religion. Das Bild des Menschen und das Verhältnis zu seiner Umgebung wurde ganz anders wahrgenommen. Er wurde jetzt als Individuum angesehen, das über sich selbst bestimmt. Wahrscheinlich kennt ihr das heliozentrische Planetensystem. Gut für alle, die nicht nebenberuflich Astrophysiker sind, wiederholen wir das Ganze. Kurz gesagt, im früheren Weltbild waren wir der Mittelpunkt im Universum. Irgendwann ist es dann die Sonne geworden, um die sich alles dreht. Danke an Kopernikus, der das bewiesen hat. Zurück zum Thema. Durch Kopernikus, religiöse Wandlungen und den Humanismus haben sich die Leute Gedanken zur eigenen Position im Universum gemacht. Die Rolle des Menschen wurde quasi neu definiert. Fassen wir mal kurz zusammen. Das elisabethanische Zeitalter war die Zeit, in der Shakespeare wirkte. Die Zeit war geprägt von gesellschaftlichem und religiösem Wandel. Es war das Zeitalter der Entdeckungen und der Expansion. Der Mensch wurde als Individuum angesehen und es existierte ein heliozentrisches Weltbild. Wow, und was ist dann passiert? Die Autoren zu der Zeit hielten an alten, vereinfachten mittelalterlichen Vorstellungen fest und glaubten an Übernatürliches, Dämonen und Zauberkräfte. Ja, was zum Bums. Naja, in einer Zeit voller neuer Einflüsse konnte man sich zumindest in diesem Punkt an etwas Altem Vertrautem festhalten. Diese hierarchische Ordnung nennt man auch die Great Chain of Being. Was das ist, erfahrt ihr jetzt. Diese Chain ist eigentlich wie eine Pyramide aufgebaut. An oberster Position steht Gott, der alles erschaffen hat. Danach folgt alles Übernatürliche, wie beispielsweise Engel. Darunter kommt der gebildete Mensch mit spirituellen und physischen Attributen. Aber besonders hervorgehoben ist seine Fähigkeit zu denken. Als nächstes die Tiere, die Dinge fühlen können. Die Pflanzen mit der Möglichkeit zu wachsen. Und zuletzt die Mineralien sowie Steine, welche bis auf ihre Stärke keine weiteren Attribute haben. Diese Ordnung gab den Menschen Sicherheit durch einen fest zugewiesenen Rang im Leben. Wenn eines dieser Elemente ausbrechen würde, würde Chaos herrschen. Auch wenn es sich heutzutage komisch anhört, war es damals eine stark geordnete Welt. Der physische Teil des Menschen gehört zur Erde und seine Seele gehört zu der Welt der Engel. Man spricht auch vom Makrokosmos, also dem Universum, das kontinuierlich vom Mikrokosmos, also der menschlichen Seele, beeinflusst wird. Wie spiegelten sich diese Dinge jetzt in der Literatur wieder? In der Literatur wurde Ordnung und Chaos thematisiert. Das Chaos entstand, wenn ein Merkmal aus der Great Chain of Being verletzt wurde. Besonders in Shakespeare's Werk Macbeth finden wir ein solches Chaos. Nach der Ermordung des Königs gab es Chaos in der Natur. Das ist nur eins von vielen Beispielen in der Literatur. Fassen wir einmal alles zusammen. Als elisabethanisches Zeitalter wird die Zeit bezeichnet, in der Königin Elisabeth I. regiert hat. Diese Zeit war besonders für den Wandel in der Gesellschaft und Religion bekannt. Der Mensch wurde als Individuum betrachtet und es galt das heliozentrische Weltbild. Die Autoren waren dennoch von der mittelalterlichen Auffassung geprägt und als hierarchische Ordnung gab es die Great Chain of Being. Sie beschreibt pyramidenartig eine Rangordnung von der höchsten Position Gott bis runter zur untersten Stufe der Steine. Der Mensch steht im Zusammenspiel von Makro- und Mikrokosmos, denn beide Seiten beeinflussen sich. Die Literatur befasste sich mit der Ordnung und dem Chaos, das entstehen würde, wenn etwas aus der Great Chain of Being ausbricht. Das Wichtigste für gute Noten ist Üben, Üben, Üben. Deswegen haben wir für dich passend zu diesem Thema Übungsaufgaben in der SimpleClub App. Damit bist du immer top vorbereitet. Und by the way, neben Übungsaufgaben gibt es auch noch fertige Zusammenfassungen, Lernpläne, Originalabiturprüfungen, du kannst dir Karteikarten erstellen und vieles mehr. Also probier es jetzt direkt aus und klick hier. Bis gleich dort. Bis gleich dort.